Arkesilaus war ein antikergriechischer Philosoph, nach seiner Heimatstadt wird er auch Arkesilaus von Pitane genannt. Er lebte in Athen und gehörte der platonischen Akademie an, die er jahrzehntelang als Schorlatsch leitete und der er eine neue Ausrichtung gab. Mit ihm begann die Epoche der später so bezeichneten jüngeren Akademie, die auch mittlere Akademie genannt wird. Seine Philosophie geht von der Erfahrung der Aporie aus, die in manchen Dialogen Platons eine zentrale Rolle spielt. Wenn hartnäckige Versuche, definitive, unwiderlegbare Antworten auf philosophische Fragen zu finden, gescheitert sind, stellt sich eine aporetische Ratlosigkeit ein. Alte scheinbare Gewissheiten haben sich im Verlauf einer philosophischen Untersuchung als fragwürdig erwiesen, ohne dass es gelungen ist, neue Sicherheiten an ihre Stelle zu setzen. Aus der Verallgemeinerung solcher Erfahrungen und aus einer eingehenden Analyse des Erkenntnisvorgangs ergibt sich ein grundsätzlicher Zweifel an, der Fähigkeit des Verstandes, gesichertes Wissen hervorzubringen. Überdies meint Arkesilaus zeigen zu können, dass sich zu jeder beliebigen philosophischen Aussage starke Gegenargumente finden lassen. Daher betrachtet er es als ein Gebot der Redlichkeit, sich generell des Urteilens zu enthalten, also darauf zu verzichten. Bloße Meinungen als Urteile mit Wahrheitsanspruch zu formulieren. Damit wird er zum Begründer des Skeptizismus innerhalb der platonischen Akademie, der dort in der Folgezeit bis ins frühe erste Jahrhundert vor Christus die herrschende Richtung bleibt. Der akademische Skeptizismus steht in Wechselwirkung mit einer ähnlichen außerakademischen Strömung, dem Pyronismus. Leben Arkesilaus stammte aus der Stadt Pitane in der Aiolis an der Nordwestküste Kleinasiens. Sein Vater Seutis trug einen thrakischen Namen. Die Familie war begütert, als sein Vater starb, war er noch unmündig. Daher wurde er der Vormundschaft seines Halbruders Moaris unterstellt. In seiner Heimat erhielt er Unterricht bei dem Astronomen und Mathematiker Autolykos von Pitane. Nach dem Wunsch seines Vormunds sollte er sich zum Redner ausbilden lassen, aber er zog die Philosophie vor. Mit der Unterstützung eines anderen Halbruders konnte er seinen Willen durchsetzen. Zum Studium begab er sich nach Athen. Dort waren der Musiktheoretiker Xanthus und der Mathematiker Hipponikos seine Lehrer. Er schloss sich dem peripathetischen Philosophen Theophrast an, bei dem er aber wohl mehr rhetorischen als philosophischen Unterricht erhielt. Später wurde er von dem Platoniker Krantor für die Akademie gewonnen. Theophrast bedauerte den Weggang des begabten Schülers. Fortan war Akesilaus mit Krantor eng befreundet. Nach dessen Tod gab er hinterlassene Schriften des Verstorbenen heraus. Er nahm am Unterricht der Schollachen Polemon und Kratis teil und äußerte seine hohe Bewunderung für diese beiden Philosophen. Nach dem Tode des Kratis übernahm er zwischen 268 und 264 die Leitung der Akademie, nachdem ein zunächst in dieses Amt gewählter Philosoph namens Sokratis verzichtet hatte. Akesilaus war freigebig und gewährte vielen Bedürftigen diskret finanzielle Unterstützung. Seine außergewöhnliche Überzeugungsfähigkeit brachte ihm zahlreiche Schüler ein, obwohl er auch als scharfer Tadler bekannt war und zum Spott neigte. Sein klares präzises Denken, sein rhetorisches und didaktisches Geschick, sein Humor und seine Schlagfertigkeit fanden Anerkennung. Von wohlgesinnter Seite wurde er als frei von Eitelkeit beschrieben, während Gegner ihm Ruhmsucht unterstellten. Er ermutigte seine Schüler, auch andere Lehrer außerhalb der Akademie zu hören. Trotz scharfer sachlicher Gegensätze zu anderen Schulrichtungen behandelte er deren Anhänger respektvoll öffentliche persönliche Polemik gegen sie. Gestattete er seinen Schülern nicht. Als sein Schüler Barton, ein Komödiendichter, einen Vertreter einer gegnerischen philosophischen Richtung auf der Bühne angegriffen hatte, verbot er ihm die Teilnahme an seinen Lehrveranstaltungen und zwang ihn so zu einer Entschuldigung. Er blieb unverheiratet und hatte keine Kinder. Sein Hauptgönner war Eumeneside, der Herrscher von Pergamon, der ihn als Metzen großzügig unterstützte. Mit Hierokles, dem makedonischen Kommandanten des Hafens Pireus und der dortigen Festung Monicia, war er eng befreundet. Als gesandter Athens suchte er den König Antigonus Gonatas auf, doch blieb diese Reise erfolglos. Ansonsten hielt er sich von Staatsgeschäften fern und verbrachte fast seine ganze Zeit in der Akademie. A-Keselaus war kein Befürworter der Askese, sondern leiblichen Genüssen zugetan. Daher wurde von gegnerischer Seite behauptet, er sei an übermäßigem Weingenuss, der seinen Verstand verwirrte, gestorben. Anstoß erregte er durch sein Zusammenleben mit Heterin, zu dem er sich offen bekannte. Dabei berief er sich auf die Grundsätze des Aristippus von Kyren, der die Auffassung vertreten hatte. Luxus und auch der Umgang mit Heterin sei mit einer philosophischen Lebensführung vereinbar, solange man sich davon nicht innerlich abhängig mache. Anscheinend leitete er die Akademie bis zu seinem Tode im Jahr 241 oder 240. Sein Schüler Lachides tat die Nachfolge an, Werke, einer von Diogenes Lertius mitgeteilten, auch Plutarch bekannten Behauptung zufolge verfasste A-Keselaus keine Schriften. Nach einem gegenteiligen Bericht, den Diogenes Lertius in anderem Zusammenhang erwähnt, gab es aber Werke von ihm, denn es wurde behauptet, er habe Eumenes I zum Dank für großzügige Geschenke Schriften gewidmet. In seiner Jugend soll er eine Abhandlung über den Dichter Ion von Chios verfasst haben. Erhalten sind nur zwei kurze, von Diogenes Lertius wiedergegebene Gedichte und ein Brief an einen Verwandten, der sein Testament betrifft. Möglicherweise schrieb A-Keselaus, bevor er Schorlatsch wurde, den zweiten Alkibiades, einen pseudoplatonischen Dialog. Lehre Erkenntnis Theoretische Skepsis A-Keselaus gab der Akademie faktisch eine völlig neue Ausrichtung, obwohl er nachdrücklich behauptete, kein Neuerer zu sein, und sich auf Sokrates und Platon berief, deren authentische Philosophie er zu vertreten meinte. Den Ausgangspunkt seines Denkens bildete die sokratische Frage nach der Erreichbarkeit sicheren Wissens. Wie Sokrates argumentierte er gegen fremde Ansichten mit dem Ziel, Gewissheiten ins Wanken zu bringen und zu zeigen, dass das angebliche Wissen der Vertreter verschiedener Überzeugungen in Wirklichkeit von unbewiesenen Annahmen ausgehe und es sich daher um bloße, Meinungen handle. Er beschränkte sich aber nicht darauf, vermeintliches Wissen mittels der sokratischen Dialektik im Einzelfall als Scheinwissen zu entlarven, sondern wandte sich der Erkenntnis theoretischen Frage nach dessen Entstehung zu. Dabei kam er zum Ergebnis, dass die Behauptung, ein gesichertes Wissen erlangt zu haben, prinzipiell nicht verifizierbar sei, denn der Erkenntnisvorgang sei seiner Beschaffenheit nach ungeeignet, ein Weg zu einer begründeten Gewissheit zu sein. Dies könne für jede denkbare Annahme gezeigt werden, denn es sei möglich gegen jede beliebige Behauptung so gewichtige Gegengründe anzuführen, dass ein Gleichgewicht entstehe und eine Entscheidung unmöglich sei. Daher sei die einzige für einen Philosophen angemessene Haltung die Enthaltung vom Urteil, der Verzicht auf die Formulierung einer Lehrmeinung. Damit gab Arkesilaus die traditionell in der Akademie gepflegte Ontologie und überhaupt das philosophische Wahrheitsstreben auf, womit er sich trotz seiner Bewunderung für Platon von dessen Lehre entfernte. Seine Skepsis bezog sich nicht nur auf die Sinneswahrnehmung, der schon Platon misstraut hatte, sondern auch auf die Möglichkeit von Wissen über Intelligibles wie die platonischen Ideen. Arkesilaus entwickelte keine eigene Erkenntnistheorie, denn für eine solche Lehrmeinung hätte er einen Wahrheitsanspruch erheben müssen, der ihn in Konflikt mit seiner eigenen Skepsis gebracht hätte. Vielmehr wandte er sich gegen die Erkenntnistheorie der Stoiker einer damals neuen, mit der Akademie rivalisierenden Philosophenschule. In der Auseinandersetzung mit der stoischen Erkenntnislehre versuchte er anhand des Modells der Stoiker die Unerreichbarkeit sicherer Erkenntnis aufzuzeigen. Die Stoiker gingen davon aus, dass jeder Erkenntnisvorgang darin besteht, dass zunächst eine Vorstellung entsteht, der das erkennende Individuum dann seine Zustimmung gibt oder verweigert. Neben dem Wissen, das nur dem Weisen zugänglich sei, und den bloßen Meinungen der törichten Menge gäbe es das Erfassen eines einzelnen Sachverhalts das geschehe, wenn man einer zuverlässigen Vorstellung zustimmt. Der Weise könne aus solchen Erfassungen ein unverlierbares, systematisch geordnetes Wissen als Gesamtverständnis ableiten, während der nicht weise Außerstande sei, seine einzelnen Erfassungen, die ohnehin mit Meinungen durchsetzt seien, zu einem wirklichkeitsgemäßen Verständnis objektiver Realität auszubauen. Jeder einzelne Erfassungsakt eines weisen oder nicht weisen verschaffe ihm aber Zugang zu einem bestimmten unzweifelhaft wahren Sachverhalt. Dagegen argumentierte Akesilaus eine erfassungsvermittelnde Vorstellung, der man Zuverlässigkeit zuschreiben könnte, sei nicht aufzeigbar. Von solcher Art ist eine Vorstellung nach der stoischen Definition dann, wenn sie wahr ist und nicht auch falsch sein könnte. Diese Eigenschaft lässt sich aber Akesilaus Kritik zufolge keiner einzigen Vorstellung zu weisen. Für die stoische Behauptung, manche Vorstellungen seien so evident wahr, dass für Zweifel kein Raum bleibe, gäbe es kein Beweis. Akesilaus untermauerte seine Argumentation, indem er viele verschiedenartige Überlegungen anführte. Wahrscheinlich stammt ein Großteil der anonym überlieferten Argumente und Beispiele der skeptischen Akademiker von ihm. Es handelt sich unter anderem um folgende Überlegungen. Das sinnliche Erkennen könne keine Gewissheit verschaffen, da waren Vorstellungen, Träume, Sinnesdäuschungen und die extreme Ähnlichkeit verwechselbarer gleichartiger Dinge die Fragwürdigkeit des naiven Glaubens an die Zuverlässigkeit von Sinneswahrnehmung aufzeigten. Zu jeder richtigen Vorstellung, die eine korrekte Wahrnehmung von etwas Wirklichem ermöglichen, gäbe es eine von ihr nicht unterscheidbare Falsche, mit der sie verwechselt werden könne. Eine saubere Abgrenzung des zuverlässigen Erfassens vom unzuverlässigen Meinen sei unmöglich, da dafür kein objektives Kriterium benannt werden könne. Jede Entscheidung ab einem bestimmten Maß an angenommener Vertrauenswürdigkeit eine Vorstellung für zuverlässig zu erklären, sei so willkürlich wie die Entscheidung eine Menge von Getreidekörnern, sobald eine genau bestimmte Anzahl von Körnern erreicht wird, als Haufen zu bezeichnen. Daraus sei zu ersehen, dass nicht nur die von Sinneswahrnehmungen ausgehende naive, gewohnheitsmäßige Anschauung für die Erkenntnisgewinnung untauglich sei, sondern auch der Vorgang der Begriffsbildung wegen seines Mangels an Präzision fundamentaler Kritik unterworfen werden müsse. Mit solchen Argumenten sollte das stoische Konzept der Erfassung als Illusion entlarvt werden. Schon in der Antike war unklar, wie konsequent Arkesilaus seinen Skeptizismus durchgeführt hat, und auch in der modernen Forschung sind darüber unterschiedliche Ansichten geäußert worden. Cicero berichtet, er sei über Sokrates hinausgegangen, der gesagt hatte, er wisse, dass er nichts wisse, Arkesilaus habe nicht einmal behauptet, über sein eigenes Nichtwissen Gewissheit zu haben. Demnach bezog Arkesilaus seinen eigenen skeptischen Standpunkt in seine Skepsis mit ein und kam mit dieser radikalsten Form skeptischen Denkens, einem Einwand von Gegnern zuvor, der lautet, dass der skeptische Zweifel sich selbst aufhebe. Im Unterschied zu dem späteren skeptischen Schollachen Karneades, der eine Wahrscheinlichkeitslehre entwickelte, verzichtete Arkesilaus auch auf Wahrscheinlichkeitsaussagen, da er für sie ebenso wie für Wahrheitsbehauptungen kein zuverlässiges Unterscheidungskriterium fand. Die Einführung eines radikalen Skeptizismus in der zuvor von traditionellen Lehrmeinungen geprägten Akademie kam einigen antiken Interpreten so erstaunlich vor, dass sie dahinter einen geheimen Dogmatismus vermuteten. Es gab Gerüchte, nach denen Arkesilaus seine Skepsis nur in der Öffentlichkeit zur Schau trug, in der Akademie jedoch seine Lehrmeinungen einem als würdig erachteten engeren Schülerkreis als Wahrheitsbehauptungen vortrug. Auch in der modernen Forschung ist öfters vermutet worden, Arkesilaus habe Wahrheit gesucht und gemeint sich ihr annähern zu können. Die Skepsis sei keine fundamentale Überzeugung gewesen, sondern habe zu didaktischem Zweck in die Aporie führen sollen und letztlich wie bei Sokrates der Suche nach einer höheren Wahrheit gedient. Außerdem sei sie in der Auseinandersetzung mit den Stoikern als Kampfmittel eingesetzt worden. Nach heutigem Forschungsstand ist jedoch davon auszugehen, dass Arkesilaus tatsächlich aus Überzeugung einen konsequenten Skeptizismus vertrat und Zeitgenossen wie der Stoiker Chrysepus ihn mit Recht so verstanden. Sextus Empiricus Ein Vertreter des auf Pyron von Illes zurückgehenden Pyronismus eines radikalen Skeptizismus, würdigt ausdrücklich die Nähe der Position des Arkesilaus zur Seinigen und betont die Übereinstimmungen. Sonst distanziert er sich jedoch von der akademischen Skepsis, die er nicht für eine echte Skepsis hält und daher nicht so bezeichnet. Er behauptet, die akademische Skepsis unterscheide sich von der pyronischen dadurch, dass sie eine zuverlässige Erfassung einer Wahrheit für prinzipiell unmöglich erkläre, während die Pyronie einen weniger dogmatischen, also konsequenter skeptischen Standpunkt vertreten, wonach die Möglichkeit, dass Wahrheitserfassung gelingt, nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Dem scheint Cicero's Feststellung Arkesilaus habe in seiner Abkehr von jedem Dogmatismus auch seine eigene Position einbezogen, zu widersprechen. Da jedoch Sextus unter den Akademikern, deren Skepsis er für relativ dogmatisch und daher unzulänglich hält, Arkesilaus nicht namentlich anführt, zählt er ihn offenbar nicht zu dieser Gruppe. Er trennt ihn von den anderen Akademikern und rückt ihn in die Nähe des Pyronismus. Daher besteht kein Widerspruch zu Cicero's Äußerung und keine Notwendigkeit, Arkesilaus in diesem Punkt einen Mangel an Konsequenz zu unterstellen. Die radikale Skepsis hinsichtlich eines menschlichen Zugangs zu gesichertem Wissen schließt solches Wissen bei einer göttlichen Instanz nicht aus. Arkesilaus soll der Ansicht gewesen sein, die Gottheit habe die Wahrheit vor den Menschen verborgen. Ob er damit ein religiöses Bekenntnis ausdrücken wollte, ist zweifelhaft, eine theologische Lehre kann er kaum entwickelt haben, da sein Skeptizismus dafür keine Grundlage bot. Ethik für Arkesilaus hat der Skeptizismus auch eine ethische Dimension. Er verwirft zwar die Behauptung, ein Wissen über das schlechthin Gute sei erlangbar und bemerkt scherzhaft, er habe noch nie etwas Gutes gesehen. Doch sieht er gerade im Verzicht auf das Einstufen einzelner Vorgänge oder Gegebenheiten als gut oder schlecht etwas unter ethischem Gesichtspunkt, wünschenswertes und wertvolles. Da bewartende Urteile zu Gemütsbewegungen führen, die der Seelenruhe abträglich sind, ist die Enthaltung von ihnen aus seiner Sicht ethisch erstrebenswert. Auch hier stimmt seine Position, wie Sextus Empiricus feststellt, mit derjenigen des pyronischen Skeptizismus überein. Allerdings hält Sextus die pyronische Formulierung, wonach die Urteilsenthaltung nur wie ein sittliches Gut erscheint, wirkt konsequenter skeptisch als diejenige des Arkesilaus, die ein angebliches Wissen darüber, dass Enthaltung wirklich ein Gut sei, impliziere. Ob Arkesilaus tatsächlich so apodiktisch formuliert hat, wie Sextus ihm unterstellt, ist ungewiss. Möglicherweise stützt sich Sextus auf eine doxographische Überlieferung, welche zurückhaltende Aussagen des Arkesilaus dogmatisierend wiedergab und damit verfälschte. Unklar ist, wie Arkesilaus das schwierige Problem löste, eine mit dem Prinzip der Urteilsenthaltung kompatible Handlungstheorie zu entwickeln. Kritiker argumentierten, jede Handlung setzte Zustimmung des Handelnden zu ihr voraus. Wer sich des Urteilens prinzipiell enthalte, könne keinen Entschluss fassen und ausführen und bleibe daher zur Untätigkeit verdammt. Wie Sextus empiricus berichtet, bezeichnete Arkesilaus das Wohlbegründete als Richtschnur für das Erstrebens- bzw. Vermeidenswerte. Für ethisch wohlbegründet habe er eine Handlung dann gehalten, wenn sie sich nach ihrer Ausführung vernünftig begründen lässt. Wenn man sich an das Wohlbegründete halte, stelle sich die Glückseligkeit ein. Hierfür sind in der Forschung unterschiedliche Deutungen vorgeschlagen worden. Ein Ansatz hebt hervor, dass das Wohlbegründete sich erst nach der Tat als solches erweist, also vom Handelnden kein schon vorher vorhandenes Wissen erwartet wird. Dies behebt aber nicht die Schwierigkeit, dass der Handelnde dann zunächst einer bloßen Meinung folgt, statt sich philosophisch korrekt des Urteils zu enthalten und nachträglich doch Wissen zu erlangen scheint. Nach einer anderen Interpretation hat Arkesilaus in der Ethik das Gebot der Urteilsenthaltung gelockert, mit der Verwendung des Begriffs das Wohlbegründete wollte er der Ausweglosigkeit eines völligen Mangels an Entscheidungskriterien entgehen. Einem dritten Erklärungsvorschlag zufolge hat er die Lehre vom Wohlbegründeten nicht als eigene Überzeugung vertreten, sondern sie nur als Hypothese im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit den Stoikern diskutiert. Eine vierte Deutung lässt sich aus Erörterungen Plutarchs, der auf Kritik an der akademischen Skepsis eingeht, erschließen. Sie besagt, Arkesilaus halte eine Handlung nicht deswegen für wohlbegründet, weil der Handelnde ihr aufgrund eines Wissens, über das er verfügt, zustimmt. Die Wohlbegründetheit sei vielmehr für ihn dann gegeben, wenn der handelnde Mensch einem natürlichen Impuls folgt, der ihn zum Zuträglichen hinlenkt und es ihm als wohlbegründet erscheinen lässt. So gesehen handelt es sich um Wohlbegründetheit nicht aus der Perspektive eines menschlichen Beurteilers, der die Wohlbegründetheit seines Tuns bzw. Unterlassens nachweisen könnte, sondern unter dem Gesichtspunkt der Natur, die das menschliche Verhalten steuert. Eine Schwäche dieser Position, die den stoischen Kritikern nicht entging, besteht darin, dass in diesem Fall ohne vernünftige Abwägung gehandelt wird, denn das Zuträgliche wird instinktiv erkannt. Wenn die menschliche Vernunft am Zustandekommen solcher Handlungen nicht beteiligt ist, wird sie als lenkende Instanz entthront. Dies widerspricht dem herkömmlichen antiken auch platonischen Verständnis vom philosophischen Leben. Die ungünstige Quellenlage lässt eine eindeutige Klärung der Frage nicht zu. Immerhin ist nach heutigem Forschungsstand davon auszugehen, dass die Natur, die dem Menschen das ihm zuträgliche als wohlbegründet erscheinen lässt, bei Akisilaus als normativ handlungslenkende Instanz eine zentrale Rolle gespielt hat. Dabei ginge wahrscheinlich von einem Naturbegriff aus, den er bei seinen Lehrern Polemon und Kantor kennengelernt hatte. Verhältnis zu anderen Philosophenschulen und antike Rezeption. Akisilaus bekämpfte Ansichten von Stoikern und Epikureern und wurde seinerseits von Anhängern der rivalisierenden Philosophenschulen angegriffen. Kolotz von Lemsakus, ein Schüler Epikurs, polemisierte gegen ihn. Der prominente Stoiker Chrysepus verfasste Schriften gegen seine Lehre, von denen eine den Titel gegen die Methode des Akisilaus trug. Ein anderer Zeitgenosse, der Skeptiker Thämon, kritisierte Akisilaus in seinen Siloi, einem Werk, in dem er zahlreiche Philosophen verspottete. Später verfasste Thämon jedoch eine Schrift, Totenmal für Akisilaus, in der er ihm Anerkennung zollte. Thämon behauptete ebenso wie der Stoiker Ariston von Chios, der zeitweilig mit Akisilaus bei Polemon studiert hatte, dass die Lehre Pyrons von Elis, des Begründers der pyronischen Skepsis, auf Akisilaus eingewirkt habe. Thämons anfängliche Kritik an Akisilaus ist wohl darauf zurückzuführen, dass er die akademische Skepsis als unoriginelle Nachahmung der pyronischen, seiner eigenen Richtung, herabsetzen wollte. Die auffälligen Übereinstimmungen der akademischen und der pyronischen Skepsis, die später auch Sextus Empiricus hervorhob, lassen die Annahme einer Beeinflussung plausibel erscheinen und Diogenes Lertius berichtet, Akisilaus habe Pyron bewundert. Der Einfluss Pyrons auf Akisilaus ist allerdings im Einzelnen schwer nachzuweisen und wird in der Forschung kontrovers diskutiert. Ein Unterschied besteht in der Einstellung zur Existenz objektiver Wahrheit. Die Pyronier bezweifelten angesichts der Undurchdringlichkeit der Phänomene sogar, dass Begriffe wie »wahr« und »falsch« überhaupt sinnvoll auf Aussagen über Dinge der Außenwelt bezogen werden können. Akisilaus und die ihm folgenden akademischen Skeptiker hingegen forderten zwar angesichts der menschlichen Unwissenheit Urteilsenthaltung, hielten aber doch die Aussagen über die äußere Wirklichkeit für notwendigerweise objektiv wahr oder falsch. Sie bestritten nur, dass die Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer solchen Aussage im Einzelfall ermittelbar ist, da es an Kriterien zur Bestimmung des Wahrheitsgehalts fehle. In seiner Auseinandersetzung mit den Stoikern verwendete Akisilaus stoische Begriffe, die allerdings teilweise älteren Ursprungs waren und ging, von stoischen Konzepten wie der Zustimmung zu einer auftauchenden Vorstellung aus. Ob er dies ausschließlich zum Zweck der Argumentation und Widerlegung tat oder den stoischen Prämissen eine gewisse Berechtigung und Brauchbarkeit zuwilligte, ist in der Forschung umstritten, die Forschungsliteratur dazu ist reichhaltig. Wegen seiner zeitweiligen Teilnahme am Unterricht Theophrasts ist ein Einfluss peripathetischen Denkens auf seine Philosophie vermutet worden. Es fällt auf, dass die skeptischen Akademiker zwar mit Schärfe gegen stoische und epikuräische Lehrsätze auftreten, aber nie gegen den Peripathos polemisieren. Bisher ist es aber nicht gelungen, den mutmaßlichen peripathetischen Einfluss auf Akisilaus konkret plausibel zu machen. Zu seinen Schülern gehörten Apeles von Chios, Apollonius von Megalopolis, Arideikas von Rhodos, Der Komiker Barton, Demophanes von Megalopolis, Demosthenes von Megalopolis, Dionysius von Kolophon, Dorotheus von Amisus, Dorotheus von Delfusa, Echdemos von Megalopolis, Lachides von Kyren, der sein Nachfolger als Scholarz wurde, Panaretos Pythodorus, Telekles von Metapont und Zophiros von Kolophon. Auch Erath Ostenes, der später ein berühmter Gelehrter wurde, nahm an seinem Unterricht teil und äußerte sich sehr anerkennend über ihn. Der Stoiker Krüsepost, der später als Gegner seiner Philosophie hervortrat, besuchte ebenfalls seine Lehrveranstaltungen. Die von ihm initiierte, jüngere Akademie blieb bis zu ihrem Ende im 1. Jahrhundert vor Christus, seiner skeptischen Einstellung grundsätzlich treu, wandelte sie aber erheblich ab, vor allem mit der Einführung von Wahrscheinlichkeitsüberlegungen, Cicero schätze Akiselaus und sah in dessen Skeptizismus eine legitime Ausprägung des Platonismus, die Hervorhebung eines bestimmten Aspekts der sokratisch-platonischen Tradition. Zu einer ganz anderen Einschätzung gelangten, dogmatische, Platonika, nachdem im 1. Jahrhundert vor Christus, eine Gegenbewegung zum akademischen Skeptizismus und Rückkehr zum Prinzip der Urteile und Lehrmeinungen eingesetzt hatte, Mittelplatonika wie Antiochos von Ascalon und Numinus sahen in Akiselaus eine Neura, der vom Platonismus abgefallen sei und die platonische Tradition zerstört habe.